Wir gehen auf jeden Fall hier durch die zweite Etage. Wir haben eine große Ausstellung gehabt, aus der Ausstellung heraus, damit wir dann dieses Marionettentheater ankaufen können. Das ist das Kernstück unserer Sammlung, nämlich Josef Beuys »Barack d'Odde«, eine Arbeit, die der Künstler 1984 hier selbst eingerichtet hat. Und die Arbeit besteht aus insgesamt 600 einzelnen... Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns freuen, dass wir uns freuen, dass wir uns nicht sehen. Bleib durch dich. Aber ihr habt schon gesagt, wir haben uns auch ein Kontrollt, wir sind auch ein Kontrollt, aus dem Obenland, wir sind gleich in Deutschland, wir sind auch ein Kontrollt. Wir sind auch eine Kontrolltour. Die Töne ist in der Töne ist in der Töne ist in der Töne. Also, die Töne ist in der Töne ist in der Töne ist in der Töne ist in der Töne.